Der amerikanische Chemiker Gilbert Lewis glaubte, dass die Elektronen in der äußeren Schale eines Atoms der Schlüssel für chemische Bindungen sind. Die von Lewis 1916 erstmals veröffentlichte Oktettregel besagt, dass die Atome aller Elemente zwischen einem und acht Elektronen in ihrer äußersten oder Valenzschale haben. Elemente in der ersten Spalte des Periodensystems wie Lithium haben nur ein Elektron in der äußeren Schale. Beryllium aus der zweiten Spalte hat zwei, Bohr drei, Kohlenstoff vier und so weiter. Elemente der letzten Spalte haben eine vollständige äußere Hülle von acht Elektronen. Sie sind die am wenigsten chemisch aktiven Elemente. Sie liegen in der Natur als einzelne Atome vor und neigen nicht dazu, Verbindungen einzugehen. Man bezeichnet sie als Edelgase. In Lewis' Theorie resultiert ihre chemische Stabilität aus ihrer vollen Valenzschale. Im Gegensatz zu den Edelgasen können die Atome anderer Elemente Elektronen annehmen, abgeben oder sogar teilen, um die stabile Konfiguration von acht Elektronen in ihrer Valenzschale zu erreichen. Diesen Elektronentransfer kennen wir heute als chemische Reaktion, die zur Bindungen zwischen Atomen führt und damit chemische Stoffe bildet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017